Die Volkshochschule Köln ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung, die insbesondere gesellschaftliche Partizipation und Teilhabe ermöglichen will. Die Volkshochschule steht für Weiterbildung für alle. Das heißt, das ist unser Prinzip und gleichzeitig eine große Verpflichtung. Mit dem Forum Volkshochschule haben wir die Möglichkeit, genau dies auch zu ermöglichen, Menschen zusammenzuführen, Begegnungen zu organisieren, Austausch zu ermöglichen und sich über interessante gesellschaftliche Themen auszutauschen und zu diskutieren. Das Forum Volkshochschule befindet sich direkt neben dem VHS Studienhaus im Museum am Neumarkt, also mitten im Herzen Kölns, mitten in der Stadtgesellschaft, in der gesellschaftlichen Mitte. Dort können wir das realisieren, was wir uns vornehmen und was unser Auftrag ist. Im antiken Rom war das Forum ein Ort, an dem sich die Gesellschaft treffen konnte. Dort wurde diskutiert, was die Gesellschaft interessiert und auch bewegt. Und deswegen ist der Name unseres Ortes auch Forum Volkshochschule. Denn hier können sich Menschen treffen, sie können sich über bestimmte Sachverhalte informieren und austauschen. Und vor allem ist unser Ziel, dass die Menschen mitdiskutieren. Besonders wichtig für unsere Arbeit ist der Aspekt der Vielfalt. Wir haben eine Vielfalt an Veranstaltungsformaten im Forum Volkshochschule. Da denken wir zum Beispiel an Podiumsdiskussionen, an Vorträge oder Konzerte. Wir haben aber auch eine inhaltliche Vielfalt, in dem wir gesellschaftliche und politische Themen aktuell aufgreifen und in Veranstaltungen umsetzen. Ich besuche die Veranstaltung, weil die Vielfalt der Themen mir sehr gut gefällt. Und weil die Kommunikation zwischen denen, die etwas erzählen und das Publikum, finde ich sehr gut. Das Publikum wird ernst genommen. Ich denke, dadurch, dass das Forum sehr breit gefächert ist und verschiedene Leute anspricht, hat man dann auch immer die Möglichkeit, in informellen Teilen die Leute kennenzulernen, untereinander Netzwerke zu knüpfen. Und das ist ein sehr großer Vorteil hier. Ich finde, das ist ganz wichtig, weil damit können wir Leute aus anderen Kulturen sich sehr schnell informieren und damit dann kommen wir und besser in dieser Gesellschaft. Jede Demokratie lebt von der Mitwirkung und der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wo immer andere Sichtweisen kennengelernt werden können und der eigene Horizont sowie die Erkenntnis erweitert werden können, sind Orte der Demokratie wie das Forum Volkshochschule zu finden. Nehmen Sie aktiv am Leben unserer Stadtgesellschaft teil. Das ist gut für Köln, für unser Zusammenleben und unseren Zusammenhalt. Das ist gut für Sie. Nutzen Sie dafür gerne das Forum Volkshochschule. Das ist gut für Sie. Nur ja billig von Zhens. Bis zum nächsten Mal und drones. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung aus units geregelt. Säبر.